hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen fan map von tap 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 in terrorist town mein name ist action creeper bin das kopiko ich bin der tag hinter dir kurzes machen ja wir müssen doch den zuschauern auch noch zeigen was wir gerade so tolles gemacht haben was haben wir denn ge tolles gemacht ach so war fast ein bisschen zu weit oben ja das könnte jetzt nicht das geht nicht muss man kurz warten machen wir an der anderen wand noch mal da drüben muss aber kurz warten denken das geht nicht sofort oder doch ungefähr hier habe ich das vorgelegt ne es war zu hoch kriegt man noch hin ich kann noch nicht so so war es vorher mit taschenlampe beleuchtung die schnauze schaut lustig aus oben ja schon das ist ein tiger mit hexenhut oder er weiß in den hexenhut je nachdem genau ich brauche erst mal munition fällt mir grad so auf ich verkriebe mich die mal in die toilette ich weiß nicht ob ich das will ich tue nichts böses ich tue nichts böses sagst du immer ja sag wenn du da bist ich mach nix ich finde sie nicht mehr wieso findest du die toilette nicht mehr ah jetzt bist du drin in welche soll ich reingehen nein ist doch gar nicht die toilette scheiße falscher raum schauen wir sind alle drei sind in der toilette bist du traitor ach so er wollte mich platt machen nein ich wollte eigentlich nur zu dir einbrechen hallo sorgen ja genau da wollte ich bleib mal da ich stehe glaube ich unter den Auer unter den Auer? ja hat sie schon erledigt du kannst jetzt nicht mehr einbrechen warum? ja weil ich den Restryp geworfen hab na toll ja ich hab die grad alle abgekriegt hab aber gottseidank keinen schaden bekommen ja doch einen schaden hast du ich hab nicht ich hab davon keinen schaden bekommen prima was machst du da? sitzen wenn du kacken musst da sind die toilette hier da ja du weißt schon dass man nicht mehr rauskommt gell doch da kommt er wieder raus nein ja doch nein wo sind denn die anderen jetzt überhaupt hin? versteckt aha halt doch die Fresse der siehst du Boop hau ja ich hab dich gefunden das ist schön ich hab bloß das Boop gehört bist du jetzt darauf ja? ja da ist ein da ist ein Creeper was macht ihr? das frage ich mich grad auch ach so das nein ich wart noch willst du ja nicht in die U-Bahn reinlaufen? nein das ist mir in meiner letzten Aufnahme schon passiert ich hab beim letzten mal wo ich traiter war habe ich aus mit ob man hier die flex auch mitnehmen kann kann man nicht habe ich schon probiert ich auch wann hast du das probiert ich weiß kommst du mit was macht ihr da wir gehen mit dein letztes bett dreier sandwich ist der perfekte pistolen-nuckler ich habe eine disco drin ich habe eine disco in der hand ich habe eine disco in der hand ich weiß auch nicht weil wenn ich jetzt hier ich mache jetzt mal die disco auf dem boden der fick daneben sagt das glaube ich kann von hinten und ist nicht vorbei doch jetzt okay ja ich habe zu lange gewartet mit dem zug und so die alle drei erwischt haben hat uns mit tom getötet ja nach beide oder was ich habe nur ab nur ein punkt gekriegt und dachte ich leben noch zwei egal aber die branche nach dem akut oder nicht die war ziemlich effektiv ja wenn sie da alle drei so schön rum steht deswegen ja ich wollte nur heißen dreier draus machen ich bin heiß genug für uns alle ja das stimmt ich finde ich meine külber gefunden achso geh weg creeper ist bei mir da raucht es ja das war ich hallo creeper geht weg creeper streck mir deinen Arsch nicht so ins gesicht nee er geht da nirgends hin dann kann man hat er direkt vor euch ich kann sie nur hören ich war ich wollte zurück 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 bei uns brennt es wir können nicht raus ja und ich bin in der toilette eingesperrt scheiße ist aber nix irgendwie ringsrum oder nee nee die mann ex sind vor der toilette aber die können da nicht rein ja ja ich komme gleich hinter sobald hier was brennen bei uns aufhört ja wieso scheiße schweiß 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 wieso sobald die tür mir aufgeht ist alles gut ist er tot oh mit Widerstand NEIN die 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 Äh, nö. Und wo ist die zweite? Ach, da hinten im Eck. Nö. Na dann, du weißt ja, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist, ja. Na also. Nachdem ich ja von selber nicht mehr rauskomme. Ja, das weiß ich auch. Und ich habe noch vier Minuten Zeit. Ja. Habe ich noch Mann-Hacks übrig? Nein. Ich könnte dich austauschen. Dann kommst du aber da nicht mehr raus. Mal schauen, ob das klappt. Bananenbombe! Es klappt. Wie habt ihr euch da eingesperren lassen in dem Waffenarsenalraum da hinten? Ja, du hast eine Brandi geschmissen. Nein, die erste habe ich nicht geschmissen. Ja, die hat die geschmissen. Ich auch nicht. Ich habe sie vorne hingelegt. Ja, sie hat doch zu uns gebrannt. Es hat bis zu uns gebrannt. Wir haben uns halb aufeinander stellen müssen, damit wir nicht gebrannt haben. Ja, ich habe die zweite genau hinten reingeworfen. Ja, genau. Und draußen da waren die Mann-Hacks, also. Mh, man, 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 man. Und ich selber als Threat habe mich in der Toilettentür so eingesperrt, dass ich nicht raus konnte. Also musste ich mich rausporten. Nee, nee, nee. Und ich bin dann, das wollte ich im Creeper gerade noch schreiben, aber da war es dann schon vorbei. Ähm, ich bin dann mit einem Lebenspunkt noch rausgekommen und dann hat mich aber direkt der erste Mann-Hack angegriffen schon. Dann war es vorbei. Nee, ne nurziade. So, ich bin Inno. Inno? Ich auch. Irgendwer hat sich hier eine Schrotze geholt, oder? Ja. Bist du am Zug drin, oder? Ja. Ja, da war ich gerade. Da gehe ich immer als erstes hin, weil ich da weiß, dass ich einen Schrotz kriege. Jake ist bei mir. Ja, wahrscheinlich die ganze Zeit. Lass mich da wieder rein. Okay. Nee, ich weiß nicht. Die Mann-Hacks taugen hier auf der Map nicht. Kitty, ich hab den Zug aufgehalten. Cool. Ähm, Jake, weißt du doch, wie eine Karte hieß mit dieser Fußgängerzone? Mit der U-Bahn und was weiß ich. U-Bahn? Ja, du weißt schon, die andere. Wenn es nie offen ist, dann kann ich nachgucken. Zappel, glaub ich, der U-Bahn. Wo seid ihr? Kitty, da, ich hab den Zug aufgehalten. Guckst du? Mit dem Echo Center, meinst du, obendrauf. Ja, genau. Ja. Solltest du trotzdem nicht reinlaufen. Ähm, ich wollte eigentlich dran vorbei, ich wollte halt nur runterspringen, aber ich bin irgendwie zu weit gesprungen. Ja, nicht springen, einfach nur schön an der Seite entlang, so wie ich. Punkt, ich bin vorwärts gelaufen. Das Problem ist, du springst dann automatisch ein Stück bei dem Ding. Ja, darum musst du an der Seite rum. Ja, jetzt ist es zu spät. Okay, ich hab den Twitter gekillt, weil ich den Zug aufgehalten hab. Genau. Okay. Warte. Schön, dass du es gemacht hast. Kriegst du eine Entschädigung von mir, wo bist du? Im Zug. Immer noch. Ja, ich bin im Zug gespawnt. Achso. Ich komme, kriegst du eine Entschädigung. Wo im Zug bist du? Ach, da. Da. Wenn ich's jetzt kaputt schieße, bist du böse auf mich. Au, du hast mir Schaden gemacht. Wie, ich hab dir Schaden gemacht? Ich hab einen Schaden gekriegt. Nett. Okay, mach dir mit Blumen Schaden. Äh, also ich bin mit Tom alleine, wenn das ist. Und du hast keinen Schaden. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nein, sie ist kaputt gegangen. An der Tür. Du brauchst nur viel Blumen kaputt. Ich wollte sie mit rausnehmen, wollte ich die ganze Zeit mit den Scheißblumen rumlaufen. Hallo, Creeper. Das ist Tag. Hallo, Tag. Hi. Hallo, Creeper. Oh Gott, wo sagst du, äh, wieso seht ihr mich alle? Wer schmeißt er mit Granaten? Nein, ich hab nicht mit Granaten geschmissen. Ich hab, ähm... Hey, Creeper, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ich hab auf das Schaden fast geschossen. So, ich... jetzt wieder mein... Da brennt's, okay. Da geh ich nicht hin. Ich will da rein. Ich krieg das nicht hin, dass ich da reinkomm. Wo rein? In der Lüftungsschacht hier. Ja, von der anderen Seite. Ja, nur von der anderen Seite. Ich wüsste, was passiert. Ja, der Toyota hat da drin eine volle. Ja, okay. Okay. Nein! Ich mein, das wollte ich doch gar nicht. Ah, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin jetzt auf der anderen Seite, Creeper. Okay. Wenn du mir jetzt... Wer die jetzt top bin, war's Creeper. Nee. Guckst du, kommst du von der anderen Seite wunderbar durch. Mhm. Soll ich den Zug wieder aufhalten? Nein, ich will nur hier lang. Ne! Hi. Soll ich dir zeigen, wie ich das mach? Nein. Ja, du legst ein Fass davor. Ja. Das schiebt der dann eine Weile mit, bis er nicht mal weiterkommt. Mach ich jetzt wieder. Wer schießt? Ich hab nur die Platten runtergeschossen. Achso. Hi. Hallo, Teg. Wer schießt? Teg schießt. Warum? Weiß nicht. Ich hab mich aber nicht getroffen. Ich hab dein Fass weg geschossen. Du hast das Fass weg geschossen? Ja. Warum? Ja, der Zug ist wieder da, also man kann hier... dafür sollte hier nicht mehr reinlaufen. Pfff. Hab mich versteckt. Aua, voll schon. Wer lebt denn noch? Ich. Ein Creeper? Ich. Teg, lebst du noch? Ja. Teg ist bei mir. Okay. Hi. Hi. Hey, warum... Schmeißt du mit Granaten? Ich komm mir nicht durch. Ich komm nicht weg. Ich hab Schaden gekriegt. Ja, wirklich, dadurch. Ja. Lass mich auch anhippen. Ne, ich hab nur... Warum verfolgst du mich, äh, Creeper? Weil du mich verfolgst. Aber durchs Hängen... Nein, Schaden hast du doch vorher schon durch die Blume gekriegt. Ja, ich hab jetzt zwei Schaden. Ah, okay. Ähm, ich bin zwischen Stuhl und Granate hängen geblieben, dementsprechend hab ich nochmal einen Schaden gekriegt. Was ist hier passiert? Wer ist tot? Wer lebt? Hallo? Da lebt der Creeper. Ja, das bin ich. Ich auch. Teg? 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 Teg liegt hier tot? Teg? Von was? Explosion? Von was bitte Explosion? Schau nach. Wie steht das? Ich trau dir grad nicht. Also einer von euch beiden ist... Ja, einer von euch beiden. Einer von euch beiden. Ich seh Creeper. Ne, ich seh euch beide. Ich hab Teg im... äh, Teg... Ich guck so auf Creeper, dass ich Teg mit im Blick hab. Den toten Teg, dass er nicht wiederbelebt wird. Ja, ähm, ich seh grad, ähm, Teg kommt auf mich zu... äh, zugerobbt. Gerade mit dem Ding hier oben Boden. Teg? Ja. Wie, der kommt auf dich zugerobbt? Achso. Ja, hier Geist. Ja, also was, entweder du oder Kitty. Ne. Der bleibt bei dir stehen. Ich glaub, der will mich... der will mich vor euch schützen. Ne. Das glaub ich nicht. Soll ich? Mach. Nein. Wenn er da nicht tot ist. Ja, das ist Wahnsinn. Dann... Du willst doch wirklich, doch nicht wirklich... ähm, Skorpi... ähm, gewinnen lassen. Wieso, wenn... wenn's danach nicht vorbei ist? Halten wir da drin gefangen. Nein. Teg, er ist vorbeigelaufen. Na toll. Lasst mich. Ich hab Angst vor euch. Teg, bist du noch ein Erik? Gut. Äh, wenn's, 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 wenn's Creeper war, hüpf. Wenn's, Skorpi Koffer war, hüpf. Hallo? Sag es mir! Hüpf nicht mehr. Ne, ich war's nicht. Wenn's Kitty war, hüpf. Er hüpf nicht. Er macht gar nichts. Sag uns, wer es ist! Geister, er höre uns. Ja. Er hüpf. Er hüpf. Er hüpf. Er hüpf. Er ist gehüpft. Er hüpf? Oh, jetzt geht er ab hier. Er hat aufgeladen. Boah, what the fuck? Äh, Creeper ist durchsichtbar. Ich hab den hier hinten irgendwo. Da ist er. Verdammt! Ich hab deinen Schimmer gesehen vorbeilaufen. Ohne Aufladung hätte ich euch das nicht zeigen können. Ja, danke. Du hättest ja nur einmal hüpfen brauchen bei dem, der es ist. Ja, ich hätt er dann sofort geschossen. Ich hab ihn gar nicht zervisiert. Ja, und ich hab ja nur darauf gewartet, dass ich weiß, wer von beiden es nun ist. Ich wusste ja nicht. Kitty war ja gar nicht zett bei dir. Ich hab's nicht gesehen, wie er mich getötet hat. Zu 100% konnte ich das nicht sagen, dass Creeper es war. Du bist aber stark davon ausgegangen. Sehr stark, ja. Also, um ganz ehrlich zu sein, ähm, echt zu dem Zeitpunkt, wo, ähm, Take draufgegangen ist, war ich am anderen Ende der Map. Hä? Wie ist er denn? Ja, aber ich hab gesehen, mit was ich gestorben bin. Ja, dort mit einer Mine. Was? Aber keine, aber keine Tripwire-Mine, das ist eine... Deswegen war ich mir so ziemlich sicher. Weil ich hatte die hier befestigt, hier an der Seite. Ja, ich benutze keine Minen. Genau, und jetzt wieder im Spiel. Hä, wie? Danke, dass du mich am Leben gelassen hast. Äh, ja, equip wechseln. Achso. Hi. Hi. Wenn ich gleich tot bin, war es, äh, Scorpie. Wenn ein Creeper hinter dir rumläuft, war ich's. Hab ich ja nicht gesehen. Ich hab die Wand hier kaputt gemacht beim Zug. Achso. Warum nimmst du denn eigentlich dein Lichtschwert? Und verschwörnest die Pflichtige? Wenn mir das zu lange dauern würde, und für die Schrotze gibt's ja genug Moni. Kitty, lebst du noch? Ja. Gut. Ach, du bist beim Zug? Okay. Au! Corona-Mine! Wo? 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 Im Zug? In welchem Zug? In welchem Zug? Äh, ist ja grad so Dinge rausgelaufen. Ja genau, ich bin hier oben. Irgendwer ist grad gestorben. Nein. Irgendwer hat gerade geplärrt, oh shit. Und das kommt nur, wenn du stirbst. Leute, lasst mich nicht allein. Hä? Nichts blöd, ich komme nicht mehr raus. Hi. Welches Hi? Wo bist du? Äh, ich hab hier nen Geist bei mir. Sag doch, irgendwer ist tot. Äh, hier ist mein Ex! Es ist... Take, es ist... Ja, ich seh hier auch nichts. Ich muss laufen, ich muss laufen! Kitty, wo bist du? Immer noch hier hinten bei dem Zugding, äh, wo oben die Treppendinger sind. Okay. Äh, Take ist weggelaufen. Äh, hier kommt er ja gar nicht mehr hoch, oder? Doch, da. Aha, hier war ne Turret. Er hat sich mit... Was hast du jetzt gemacht? Ah! Ist ne ganze Nummer schneller. Jetzt nicht mehr. Nein! Haha, wie du fällst! Ah, wie ein Vogel! Oh, Mann! Oh nein! Leise sein! Es geht weiter! Und ich hab nicht mehr Dämoni. Ach, lass doch! Nein! Scha... Ah, scheiße! War noch kurz nicht, ob ich wollte. Scha... Scha... Ah, scheiße! Schau noch nicht, ob ich Punkte erhaufe. Oh! Was machen wir als nächstes? Also, das war wieder mal eine wunderbare Runde. War lustig, hat Spaß gemacht. Teen Room! Teen Room! Und ich würd sagen, äh, wir hören uns und sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschödele! Servus! Tschö!